Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind gerade im Hotelzimmer. Das ist das andere Zimmer von Timothy. It's your room. Wir parken jetzt unser Zeug. Wir sind schon in Slowenien. Das ist so ein bisschen verrückt. Dann gehört's. Die Grenze verläuft genau durch die Stadt. Das heißt, wir sind jetzt schon in Slowenien. Und da drüben ist Italien. Also schon bei diesem roten Schild. Es ist total verrückt. Ja, wir sehen uns nach dem Einspieler. Oh mein Gott. Ich finde das ganz schön cool, denn ich habe mir eben ein Stück Pizza geholt. Das ist direkt hier in dem Laden. Und jetzt gehen wir einfach mal hier weiter um die Ecke. Und da sitzt der Typ. Und es ist auch Pizza. Und hier ist der Laden, in dem wir gestern gespielt haben. Ist einfach komplett abgefahren. Ganz schön nah beieinander alles hier, gell? Wir genießen jetzt ein bisschen unser Essen und haben einen Day Off heute. Das heißt, heute wird nicht sehr viel passieren. Wir gucken mal, ob wir vielleicht an den Strand kommen. Und ja, Sarkadab steht an. Aber schreibt auch mal unten in die Kommentare rein, was euch interessieren. Findet ihr das überhaupt lustig irgendwie? Also ich habe das ja ganz schön verrückt gekartet und so. Auch die letzte Folge mit den wilden 70ern. Also wir hatten halt so eine verrückte Idee. Schreibt doch mal unten in die Kommentare rein, was ihr davon gehalten habt. Und meine Stimme ist wieder ein bisschen zurück. Jaaaay. Genau, wir sehen uns später. Wieher? Also ich habe Slowenien komplett verschlafen. Aber wir sind hier gerade in dem merkwürdigsten Hotel, das ich in meinem Leben jemals gesehen habe, mitten in Kroatien. Hier gibt es kein Licht, keine Menschen. Ja, und guckt euch einfach mal eine Runde hier rum, bitte. So. So, wir sind jetzt weg von diesem merkwürdigen Rasthof. Aber die Navigation dreht komplett am Rad. Wir sind jetzt hier gerade irgendwo in Zagreb. Da ist ein Busch. Komm. Das ist oben. Und wenn sich das jetzt wieder bewegt, werdet ihr sehen, was hier abgeht. Aufgepasst und mitgemacht. Jetzt rechts abbiegen auf die 1.032 A, wenn ihr Faisler warholjevka. Genau. Also wir müssen, wie man es ausspricht. So. Jetzt geht halt hier weiter. Erstmal die Leute vorbeilassen, ob mir hier niemand totfährt. Ich habe keinen Bock mehr zu warten, bis das Navier irgendwas sagt. Wir sehen uns dann bei der Venue später. Bis dann. So zurück, wo ich hier schon wieder bin. Mitten in einem Squat. Irgendwo in Kroatien. Genau wie gesagt, der Sackle. Ich übe alle kunsternärende. Es ist der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn, was hier abgeht. Ähm, ja. Ich darf alles filmen und so. Und morgen seht ihr, wie alles hier überhaupt aussieht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ähm, abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und, äh, ja. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich geh jetzt erst für eine Runde pennen. Bis dann, macht's gut. Huuuut. Bis dann. Bis dann.